Was macht ihr draus? Sie machen das Tor und irgendwie war es abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie, ist eine verdiente Führung. Sieht vielversprechend aus. Gibt Abstoß. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das wäre ein super Tor gewesen. Aber nichts ist, und da können Sie sich beim Aluminium bedanken. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Das könnte die Gelegenheit geben. Mit dem Konter sind Sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede... Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nein, kein Tor. Aber trotzdem eine tolle Szene. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Naja... Klasse. Er lässt den Verteidiger stehen. Da kommt der Schuss. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Das muss es sein. Das hätte der Ausgleich sein können. Aber so sind Sie weiterhin in Führung. Gefährlich jetzt. Was für eine Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist die Hereingabe. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Oh, Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach. Leon Goretzka. Superparade. Klasse gehalten. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Ich bin ich nicht auf die Erinnerung. Ich bin Berlin-Pose. Ich bin mir niemandemt mit dem H休zemem nicht ganz lustig. Ich bin in der Heelensteilig.